hallo hier ist wieder der Harry und wir bleiben bei der ÖBB jetzt ist es so und zwar von den Farben her diese sag ich mal Farben diese roten Farben die wir vorher gesehen hatten in dem vorherigen Film und zwar waren die Waren die Wagen eigentlich blutrot und zwar 1987 hat man mit der Farbe angefangen so und circa zwei Jahre später im Jahre 1989 sind die dann in Verkehrsrot ausgeliefert worden eigentlich mit dem bloßen Auge ich sag mal überhaupt nicht zu erkennen wer das jetzt nicht weiß also eigentlich sehen beide von der Farbe her gleich aus so und dann gab es 2001 die sogenannte Update Farbe das sind dann diese grauen mit dem roten Dach die man heute überall sieht jetzt haben wir hier ich sag mal auch einen Zug irgendwie ein IC durch Österreich hier habe ich jetzt kein Vorbildfoto der nächste Zug den wir machen der kriegt dann wieder ein top Vorbildfoto aber hier haben wir jetzt erstmal einen schönen langen farblich gemischten IC in Österreich dann mal viel Spaß hier haben wir hier im hier im auch hier die Vielen Dank. Applaus 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 So, und als Abschluss hier nochmal schön nah. Bis dahin, euer Harry.